Nein! Geh da raus, Mann! Ja, Glück gehabt, Alter! Dreh dich um! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Gämm! Oh, der gibt mal! Ach, Tschack, Mann, ist es Alter! Aber diesmal ohne Punkt! Nein! Ohne Punkt! Ja! Ohne Punkt! Ja! Ja! Ohne Punkt! Ja! Das ist der Grund, Alter! Wir spielen Chuck Norris auf Kita. Hast du das mal auch gemacht oder? Ja, kann sein. Darf man auch gar nicht speichern. Bis wir in der Endlosschleife gefangen sind. Keine Ahnung. Weil es Chuck Norris ist. Das ist die Begründung. Ah ja. So. Bist du gekommen? Ein bisschen. Zwei Kontraktionen. Da habe ich es zweimal wenig rausgekommen. So, das geht's. Map Seed Chuck Norris. Für das Video noch hoch. Die Framerate packt ein bisschen, kann ich sagen. Das ist schon frock. Ist doch nur 30. Ja, war es vorhin aber auch. War es einfach nicht egal. Weiß ich nicht. Es ist ja nur spielbar. Loot. Das war das erste Mal. Das war das erste Mal anders, oder? Doch. Am Ende sieht es gar nichts aus. Es bringt ja nichts. Das war schon gewerkt. Das war schon gewerkt dann irgendwie deutsch. Ja. Seitdem wir es immer nachäffen, hat es nicht mehr gemacht. Geil. Er kommt aus der Decke. Lauf durch. Ich kann mich die Kamera mal anschauen. Ich kann mich die Kamera mal anschauen. Ich kann mich die Kamera mal anschauen. Ich weiß es nicht. Azure могу ... Es auch gott diese... Äh ... Mach schnell zu. weres. Ich musste durchgehen. Ohne Augen drauf und ohne nichts. Chuck Norris mit Punkt war besser. Nein, das war mir auch kaputt. Da war nichts drin. Der war letzt mal auch. Du bist dann zurück und dann warst du auch nicht mehr. Blinze noch? Ich bin jetzt nicht behindert, dass ich nicht blinze, Alter. Ich erschreck, Alter. Fuck. Lauf, Junge, lauf, Junge. Da ist die Tür, da ist die Tür, Junge. Ja, das ist knapp. Junge, was ist für ein Raum? Lauf einfach weg, Mann. Bist du denn behindert? Ja, ist da ein Stromzeug? Ne, ne? Ne. Äh, äh, hallo? Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Dreh dich. Dreh dich. Ja, aber ich... Gott, hör auf mich vor. Hä? Du hast doch die Tür zugemacht. Die kann ich aufmachen. Ja, das hören wir dann. Ah, ja. Ah, fuck, Alter. Oh, Mann. Mann. Der hat voll den Flippi, ey. Alter. Wie komm ich jetzt da durch? Ja, mit Gasmaske. Aber nicht einsetzen, wenn du an der Tür stehst, bitte. Nicht einsetzen, wenn du an der Tür stehst. Der andere kommt auch schon, gell? Ja, warte, wo steht denn der? Steht der jetzt gut? Ich sag mal ja. Jetzt steht er gut. Ja, jetzt steht er weg. So, da jetzt. Ja, aber wenn ich bin, sind dann wieder woanders, Alter. Ich hab keine Chance, Mann. Scheiße, jetzt hab ich mir das gemacht. Nicht einsetzen, dann drückst du automatisch sonst. Ach, das ist so böse, Junge. Ach, du Scheiße! Der geht crazy da drinnen. Der kommt aus dem Boden. Von dem SCP-J hat er was genommen, glaub ich. Ah, der nächste. Wenn's mal. Alter, gibt's hier nur 73er oder was? Anscheinend. Oh, fuck. Äh. Das ist schon mal gut, dass da Stromzorn ist. Ja, das bringt bei 173 nix, ne? Ja, besser ist das ein Gang-Stromzorn als ein Gang-Oben-Stromzorn. Ach so, okay. Da ist Elektrikel. Alter, die schwitzen schon. Ich hab keine Keycard, ne? Meine schwitzen auch, obwohl ich nur spiele, Junge. Ich hab keine Keycard. Chuck Norris kommt nämlich überall rein, ohne Keycard. Ich guck erstmal, was da war. Da kann's doch mal nicht. Das kann der hier. Also. Du-du-du-du-du-du-du. Ach, jetzt nicht mit dem du-du-du-du-du. Keycard. Ah, der ist eins. Dann kann ich nicht viel reinfangen. Warum ich sie eins auch, gell? Hey, da sind wir in der Nähe von dem, oder? Guck mal da. Oh mein Gott. Vergiss es. Nein, du musst jetzt durch. Soll ich echt? Ja. Ich bin auch durch vorhin. Denk dran, das kann auch plötzlich auftauchen, wenn du es nicht gesehen hast. Du hast es geschafft, Junge. Da bleibt man so gerne hängen, ne? Ich hab so ein Pipi hier, Alter. Das ist 96er. Komm, wir gucken es mal an, oder? Soll ich durchgehen? Ja. Please. Komm, wir schauen uns ein bisschen an, oder? Nee. Bis es aufsteht. Komm. 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 Hey, du bist so eine Pussy, ey. So eine Pussy. Da war das andere im Monitor. Komm ich damit in die Lines rein? Die Lines kriegt doch gar nichts, Mann. Jochen, ich habe das in die Lines. Das wird periodiert, Alter. Oh, der steht schon auf. Junge, der steht schon auf. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Der rennt, ne? Ja. Vielen Dank. Das ist, weil du ihn verarscht hast, Junge, das ist, weil du ihn verarscht hast. Irgendwo war doch noch eine Kask, oder? Ah, da kann ich einen Töner. Meinst du? Wollen wir es probieren? Soll ich jetzt warten, bis er kommt, oder was? Weiß ich nicht. Ah, der rennt halt, ne? Das ist schwieriger, das Timing. Würde ich schon starten, wenn er durch die Tür kommt. Der kommt, Alter. Ich schreibe, wenn er kommt, Mann. Das war der, oder? Der wird aber nur paralysiert dadurch, oder? Ja, glaub schon. Nee, oder? Du musst ja unbedingt sagen, dass er periöl ist. Der kam von hinten, Junge. Wir warten da und der Knack von ihm. Ja. Ja. Ja.